Mein Bruder ist stinksauer. Ich möchte selbstbestimmt in Würde aus dem Leben treten. Darf das aber nicht. 25 Jahre lang habe ich leidenschaftlich als Feuerwehrmann gearbeitet. 1997 erhielt ich die Diagnose Multiple Sklerose. Da war Harald 27 Jahre alt. 2013 war er nochmal im Urlaub in Ägypten. Da war ein schwerer Schub, der alles verändert hat. Ab diesem Tag ging gar nichts mehr. Mittlerweile kann ich nur noch den Kopf bewegen. Gute Stunden sind zum Beispiel der Gleitflug, den er mal gemacht hat, Konzerte besucht oder auf Comedyveranstaltungen geht. Dieses Leben ist sehr, sehr beschwerlich. Mein Bruder braucht einen Notausgang für den Tag, wenn er die Schmerzen und das Leid nicht mehr aushalten will. Es geht um 15 Gramm eines tödlichen Betäubungsmittels. Harald kämpft seit Jahren quer durch zig Instanzen dafür, es zur Selbsttötung in der Apotheke kaufen zu dürfen. Doch auch die Verwaltungsrechte in Leipzig lehnten die Knage ab. Für meinen Bruder ist das Urteil eine bittere Enttäuschung. Aber ich kann weiter. Ich würde ihm ein Leben wünschen, wie es früher war. Dass er das Medikament bekommen könnte, damit er nicht mehr leiden muss. Und gehen kann, wenn er es für richtig hält. Das ist unsere VOX-Stimme. Was denkt ihr über das Thema Sterbehilfe? Schreibt es uns einfach unten in die Kommentare. Und ich würde ihm den Anteil öffnen. Schreibt es uns einfach unten in die Kommentare.